Das war's. Die Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank ist offiziell gescheitert. Mit der Verkündung geht es heute Morgen schnell. Gegen 10.30 Uhr kommt die Ad-Hoc-Mitteilung für die Aktionäre. Um 11.45 Uhr verkündet der Pressesprecher der Deutschen Bank. Wir haben uns die Chancen angesehen, wir haben uns die Risiken angesehen, die Ertrags- und Gewinnchancen, aber natürlich auch die Risiken, das heißt Kosten, das heißt der Integrationsaufwand, der damit einhergeht, die Kapitalanforderungen und wenn man das alles zusammennimmt, wenn man dann einen Strich zieht, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die Gespräche beenden möchten. Verständnis für ihre Entscheidung bekommen die beiden deutschen Großbanken auch vom Bundesfinanzminister. Der hatte zwar immer die Wichtigkeit starker Banken betont, verkündet heute aber schriftlich, solche Kooperationen machen nur Sinn, wenn sie sich betriebswirtschaftlich rechnen und auf ein belastbares Geschäftsmodell zu steuern. Aber wie geht es nun weiter? Gerüchten zufolge soll sich die Deutsche Bank schon anderweitig umschauen und auch für die Commerzbank gibt es wohl schon wieder Interessenten. Gerüchte darüber gibt es eigentlich immer wieder. Die drei Banken, die da genannt werden, kommen aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Italien, aber alle drei sind sehr viel größer als die Commerzbank und das kann eigentlich nicht im Sinne Deutschlands und auch nicht der Bank sein, weil sie wäre in jedem Fall der kleinere Partner bei einer Fusion. Der Aktienmarkt reagierte gegen Mittag mit fallenden Kursen für die Commerzbank. Die Aktien der Deutschen Bank hingegen stiegen. Markus Pfeiffer an der Frankfurter Börse. Wie bewerten Sie denn die Reaktionen an der Börse? Die Reaktion ist angesichts des Gesprächsabbruchs erwartbar gewesen. Die Aktien der Deutschen Bank, wir haben es ja eben gesehen, heute deutlich gefragt. Aber nicht nur wegen der Absage der Fusion, die ja als sehr vernünftig angesehen wird, sondern vor allem auch, weil die Deutsche Bank schwarze Zahlen vorgelegt hat. Und zwar besser als erwartet. 200 Millionen Euro sollen es sein im ersten Quartal. Und warum ja, sind die Commerzbank-Aktien jetzt gesunken? Das liegt daran, dass die Commerzbank-Aktionäre von der Fusion mehr profitiert hätten als die Deutsche Bank und deswegen diese Entwicklung. Insgesamt zeigt die Reaktion der Kurs aber das, was viele Bankexperten und Analysten immer wieder gesagt haben. Ihnen fällt ein Stein vom Herzen. Es wäre doch ein komplexes und langwieriges Unterfangen gewesen. Die Vernunft habe gesiegt, sagen Sie. Ist der Zug denn jetzt abgefahren für einen großen Deutschen Banken-Champion? Ja, für einen großen Deutschen Banken-Champion dürfte das erstmal jetzt durch sein mit der Absage der Fusion von den beiden großen Banken. Welche Banken sollten denn auch sonst fusionieren? Da gibt es neben der Commerzbank und der Deutschen Bank nicht so viele. Und zusammen waren sie ja auch nicht wirklich groß oder gigantisch. Viel größer hingegen ist die Chance, dass es möglicherweise bald europäische Banken-Champions gibt. Mehrere große Bankhäuser haben zumindest schon mal Interesse an Teilen von Deutscher Bank und Commerzbank angekündigt. So gab es ja Spekulationen, ob die DWS, die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank, womöglich mit der entsprechenden Sparte der Schweizer UBS zusammengeht. Und auf die Commerzbank haben bereits die italienische Unicredit und auch die niederländische ING ein Auge geworfen. Wie auch immer die Verhandlungen sich entwickeln, haben denn Deutsche Bank und die Commerzbank jetzt alleine auch noch eine vernünftige Zukunft vor sich? Na ja, die Banken waren ja auch vorher ganz vernünftig. Sie haben als alleinstehende Geldhäuser agiert und auch ganz gut funktioniert. Das bleibt jetzt natürlich auch nachgescheiterten Fusionsgesprächen erstmal so. Beide Banken gelten als stabil und solide. Diese Einschätzung hat zum Beispiel die Bundesbank heute nochmal wiederholt. Aber natürlich haben beide Banken immer noch große Baustellen. Die Umstrukturierung von früher oder auch die Fusion, die immer noch nicht verdaut sind. Und da gibt es ja dann bei der Deutschen Bank auch immer noch juristische Altlasten zu bewältigen. Der Kurs steht also weiter auf Restrukturierung und Reform. Und so könnte es auch weitergehen mit viel Geld und Arbeitsplätzen, die das Ganze kosten könnte. Schauen wir zum Schluss noch auf den DAX. Er ist relativ unbewegt, jetzt leicht im Minus bei 0,4 Prozent, 12.262 Punkte. Also hier an der Börse ist man eher entspannt, was die abgesagte Fusion angeht. Danke, Markus Pfeiffer aus Frankfurt.